So meine Lieben, mein Name und Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Schlappis EM Podcast und ihr seht schon oben im Titel, heute also mit der letzten Gruppe, um die wir uns kümmern werden Gruppe F mit Österreich, Ungarn, Portugal und Island Das sind die vier Nationen, die wir uns anschauen werden Kleine Info für euch schon mal vorneweg Die Folge heute könnte etwas kürzer werden Vielleicht auch nicht, ich hab's allerdings eigentlich vor, die ein bisschen kürzer zu halten weil wir haben's gerade schon mittlerweile 10 Uhr Was haben wir heute? Wir haben heute Mittwoch glaube ich, oder? Ja, wir haben heute Mittwoch 15.06. und ich muss jetzt mich dann so langsam aber doch eher schnell aufmachen in Richtung Köln zum Jonas, also die Nähe von Köln Mich da aufmachen, denn dann geht's ein bisschen Fußball gucken und am Donnerstag Frühjahr Richtung Paris zum Spiel gegen Polen, die deutsche Nationalmannschaft gegen Polen Wer dazu ein paar Bilder und Co. sehen, möchte gerne auf Instagram, Twitter und Co. folgen Ich werde da sicherlich ein bisschen was posten, ich weiß noch nicht Ich glaube nicht, dass ich eine Art Video wirklich zu machen in Vlog, sondern ich werde das einfach so ein bisschen genießen Aber wie gesagt, das ein oder andere Bild oder den kleinen Clip werde ich dazu sicherlich irgendwo hochladen oder vielleicht auch demnächst irgendwo bei Footballstars oder so mal mit einblenden Das als kleine Info für euch, dementsprechend heute ein bisschen kürzer und noch dazu, lauter Neuigkeiten, Wahnsinn Habe ich heute mal so zwei Arten der möglichen Endtabelle euch sozusagen vorzutragen Eine, wie ich es gedacht hätte vor dem Spiel, wie gesagt, wir haben es heute schon Mittwoch, heißt Ich habe die Spiele natürlich gesehen und mitbekommen, Ungarn 2 zu 0 gegen Österreich Wahnsinnsding, werden wir gleich drüber quatschen Und auch die Isländer mit einer kleinen Überraschung mit dem 1 zu 1 gegen Portugal Sprich, da weiß ich schon, wie es abgelaufen ist und ich habe es ehrlich gesagt ein bisschen anders vorher getippt Dementsprechend sozusagen der eine Tipp, nachdem ich weiß, wie die Spiele ausgegangen sind Und dann trotzdem noch mein Tipp, wie ich es vorher gesehen hätte, wenn ich sozusagen noch nicht die zwei Partien die Ergebnisse gewusst hätte Ganz kompliziert, absoluter Wahnsinn Dementsprechend starten wir heute rein, Freunde Ich bin sehr gespannt, heute ist übrigens, dementsprechend, ich habe es jetzt glaube ich schon 500 Mal gesagt Heute ist Mittwoch, heute Abend oder heute allgemein gibt es ja wieder drei Partien Russland gegen die Slowakei um 15 Uhr, das werde ich leider nicht sehen können Da bin ich auf der Autobahn, Rumänien gegen die Schweiz, das dann schon Eher bin ich sehr gespannt, was die Schweizer machen Auch was Rumänien macht nach dem guten Spiel Durchaus guten Spiel, fast mit einem guten Ergebnis auch noch gegen Frankreich im Eröffnungsspiel Und dann zu guter Letzt um 21 Uhr in Marseille, Frankreich gegen Albanien Auch ein verdammt interessantes Spiel Ja, Albanien da natürlich schon so ein bisschen jetzt mittlerweile unter Druck Nach dem 0-1 gegen die Schweiz am ersten Spieltag Braucht man da eigentlich schon Minimum einen Unentschieden Wobei ich glaube es reicht auch ein Sieg in den drei Spielen Um als einer der besten Tabellendritten irgendwie weiter zu kommen Gefühlt, ich weiß es nicht Ich glaube ich habe da irgendwas gelesen, von wegen da hat man dann irgendwie eine 80%ige Chance oder so Zumindest war es bei drei unentschieden der Fall Dementsprechend wird es bei einem Sieg und zwei Niederlagen ähnlich sein Ähnlich sein Okay, sprich dementsprechend werden wir doch heute ein bisschen drüber quatschen Ähm, ich kann ja, kann ich, kann ich, kann ich? Ne, das Video kommt zu früh raus Ich kann noch nicht meine Tipps abgeben Ähm, ich weiß ja, aber ich rufe es jetzt nochmal genau auf Ich weiß nämlich nicht mehr Ich habe das gestern Abend dann gemacht Ich habe, die gestrige Runde bei mir war tipptechnisch absolut beschissene Ähm, ich habe getippt, um euch das nochmal kurz mitzugeben Ähm, wo haben wir das? Tippübersicht Ähm, Belgien, nicht Belgien gegen Italien, das ist falsch Hier haben wir es Österreich gegen Ungarn habe ich genau andersrum getippt 2 zu 0 für Österreich Äh, werden wir wie gesagt gleich darauf zu sprechen kommen Und Portugal gegen Island habe ich auch ebenfalls 2 zu 0 für Portugal getippt Ähm, was knapper war am Ende Äh, die Isländer aber dann doch in der Phase, wo wirklich eigentlich so gut wie gar nichts ging Wo man gedacht hätte, okay, Portugal macht jetzt das Zweite Und dann muss Island aufpassen, dass sie nicht auseinanderfallen Ähm, oder halt zumindest nicht das Dritte und Vierte vielleicht noch kassieren Aber das war genau der Zeitpunkt, wo Island das Tor gemacht hat Dementsprechend ja das 1 zu 1 Und für die Tipps, ähm, ich muss mich räuspern Äh, die heute anstehen, habe ich Habe ich, äh, okay, okay, okay Es ist alles dabei, ähm, es ist alles dabei Mehr sag ich nicht Ich möchte euch, wie gesagt, nicht spoilern, nicht verraten Ähm, dadurch, dass ihr das Tippspiel so ein bisschen Sonst gefälscht wird, wenn dann andere auch nochmal vielleicht so tippen Wie ich oder so Äh, dementsprechend lassen wir das Aber da können wir gerne dann wieder drauf eingehen Wenn es soweit ist Äh, beziehungsweise dann im nächsten Part Heißt das auch nochmal als kleine Info Ähm, erstens, schreibt mir gerne in die Kommentare Bezüglich neuen Themen, denn wir sind jetzt mit der Gruppe durch Es gab einiges, worüber wir quatschen können Beispielsweise der vermeintliche oder baldige Eventuelle Ausschluss Russlands aus der Europameisterschaft Äh, nachdem es ja da die Sanktionen gab 150.000 Euro Strafe Und wie gesagt ein eventuelles, ähm, ja, Ausscheiden sozusagen Eine eventuelle Disqualifikation der Russen Durch die Vorkommnisse, ähm, die es gab beim Englandspiel Durch die Ausschreitungen mehr oder weniger Ähm, da können wir gerne drüber quatschen Allgemein natürlich über so ein bisschen die Risikolage Über die Terrorgefahr, die, ähm, natürlich herrscht in Frankreich Und lauter so Sachen Also schreibt mir das gerne in die Kommentare Nach der Gruppenphase bin ich da wirklich jetzt komplett offen für alles Nur die sechs Gruppen, die wollte ich natürlich erstmal predikten Und das macht Sinn, äh, das relativ am Anfang zu machen Äh, ganz klar Dementsprechend, das könnt ihr mir sehr, sehr gerne in den Kommentaren Da lassen, wenn es euch wieder gefällt, natürlich auch sehr, sehr gerne Ein Däumchen nach oben, ich würde mich sehr freuen In dem Sinn, wie gesagt, heute kürzere Folge Äh, wir starten rein, Portugal, die erste Mannschaft, um die wir uns kümmern werden 353,5 Millionen Allerdings, wenn wir Ronaldo wegrechnen, stehen wir bei 250 Der war mit einem Marktwert von 110 Millionen Richtig krasse Geschichte Käptner, ähm, bei Portugal Im gestrigen Spiel Huh, ähm, wirklich aufgefallen ist er nicht Ähm, Ronaldo Ein paar Freistöße gehabt, die allerdings so ziemlich Alle nicht wirklich gut waren Ähm, der Mann von Real Madrid Dementsprechend, da muss auf jeden Fall nochmal eine Steigerung her Wir haben Mane gesehen, wir haben Quaresma gesehen Quaresma, der dann erst eingewechselt wurde Ich glaube eine Viertelstunde oder so vor Ende Ähm, ist er da nochmal reingekommen Hat nochmal für so ein bisschen Alarm gesorgt Am Ende hat es nicht gereicht, die Portugiesner Haben nochmal viel probiert Aber der isländische Abwehrblock hat Stand gehalten Und die haben es gepackt Was ich sehr interessant fand Ich habe es irgendwo gelesen, keine Ahnung, ob es genau stimmt Aber wenn man es mal einfach rein von den Zahlen nimmt Waren gestern 8% der isländischen, ähm, Bevölkerung im Stadion Ich meine, es leben viele Isländer, soweit ich weiß Äh, in Frankreich, was ich da gestern mitbekommen habe Irgendwie eine Million oder so Dementsprechend waren da natürlich auch viele mit am Start Weiß nicht, inwieweit das in die Statistik eingeflossen ist Aber egal, wenn man das einfach mal so hört Wahnsinn, 8% im Stadion Absolut, absolut genial Und was die Stimmung erzeugt haben, war auch mega, mega nice Dementsprechend bin ich sehr gespannt Und hoffe, dass Islander irgendwo weiterkommt Äh, wäre eine sehr coole Geschichte Und würde ich mich absolut freuen Aber, wir stehen gerade erstmal bei Portugal Ähm, die Portugiesner Das soweit jetzt erstmal zu meinen Tipps Stehen nach dem, was wir jetzt gestern gesehen haben Meiner Meinung nach, ähm, noch ein bisschen mehr Trotzdem als Tabellenerster fest Heißt, äh, Portugal sehe ich auf Platz 1 In dieser Gruppe, ähm, nach dem, was ich gestern gesehen habe Auch wenn es ein 1 zu 1 war Auch wenn Portugal, ja, schon nach vorne gespielt hat Und man muss es auch so sagen Die Chancen hatte und sich einen Sieg auch irgendwo verdient hätte Wenn man jetzt einfach mal die zwei Mannschaften vergleicht Auf der anderen Seite, wenn man das Potenzial Portugals Und das Potenzial Island sieht, dann war das Unentschieden Auf der anderen Seite auch völlig verdient Weil die Isländer da wirklich aufopferungsvoll gekämpft haben Ich guck mal rein Die haben den Marktwert von 44,75 Millionen Ähm, mit Sigurdsson einen der 13 Millionen Wert ist dann rechne mal den weg Dann stehst du bei 30 Für den restlichen 22er Kader Also das ist schon krass Äh, dementsprechend ging das schon in Ordnung Dass die Isländer sich das erfeitet haben Und den Punkt mitgenommen haben Nichtsdestotrotz Portugal mit der Klasse, die man hat Mit der individuellen Klasse eines Ronaldos Auch wenn der, wie gesagt, noch nicht so wirklich Da ist, äh, ja, immer mal wieder Das Problem ist bei ihm Dass er in den großen Spielen oftmals ein bisschen untertaucht Oder in den wichtigen Spielen Ähm, ich meine, großes Spiel war es jetzt nicht gegen Island Aber in den wichtigen Spielen Ähm, und das ist so ein Startspiel in der Gruppe In der, äh, bei einer EM Ähm, ja, ist ein bisschen untergetaucht Geht auf jeden Fall, äh, noch einiges mehr Wir haben gestern das erste Mal Oder viele haben vielleicht gestern das erste Mal Renato Sanches gesehen Der Neuzugang von, äh, den Bayern 30 Millionen hat er den Münchnern Oder war er den Münchnern wert Von Benfica Lissabon 18 Jahre jung Hat im Mittelfeld nochmal versucht Das Ganze so ein bisschen anzutreiben Bin ich auch mal gespannt Inwieweit er noch auf mehr Spielzeit kommt Dann im Laufe der Europameisterschaft Äh, hinten Pieper Mal wieder ein bisschen Eine Aktion, wo ein bisschen komisch war Mehr möchte ich gar nicht zu sagen Rui Patricio, der noch im Kasten war Von Sporting Lissabon Da hat man ja auch noch mit Antony Lopez von Lyon Ebenfalls einen sehr, sehr starken, ähm, Rückhalt Dementsprechend Eine eigentlich sehr, sehr gute Truppe Die Portugal am Start hat Meiner Meinung nach Die Mannschaft oder die Nation Die am Ende, ähm, der Gruppenphase Auf Platz 1 landen wird In Gruppe F Und dazu kommen wir jetzt nämlich Nochmal zu dem, zu meiner, ähm, Prediction Wenn das Spiel gestern noch nicht Statt gefunden hätte Wenn ich noch nicht die Ergebnisse wüsste Hätte ich nämlich getippt Dass die Portugiesner nur auf Platz 2 kommen Heißt, ursprüngliche Prognose Vor der EM, Platz 2 Nach den ersten zwei Spielen Die wir jetzt gesehen haben Platz 1 Das soweit meine, äh, Einschätzung Der Portugiesel Bin ich mal gespannt Wir können mal schnell reinschauen Ich weiß gar nicht Das nächste Spiel Ist gegen Österreich direkt Also, da wird es für die Jungs aus Österreich Schon mal verdammt, verdammt wichtig Ähm, bleiben wir gleich beim Spiel von gestern Bei Portugal-Island Und machen weiter mit dem Underdog aus dieser Gruppe Ähm, wir haben es gesehen In der, in der EM-Quali Überragend gespielt Die Isländer zum ersten Mal, glaube ich Mit dabei Wenn mich hier alles täuscht Müsste das erste Mal sein Ähm, wahnsinns gespielt In der Gruppe mit Holland gewesen Die da rausgekloppt Mehr oder weniger Dementsprechend Die sind gut drauf Die sind eine super Mannschaft Und die sind einfach Ein komplett eingeschworener Haufen Ohne wirklichen Star Auch wenn ich es angesprochen habe Natürlich Sigurdsson mit 13 Millionen Bei Swansea Untervertrag So der Spieler schlechthin Äh, auch der Dreh- und Angelpunkt Auf den es so natürlich Ein bisschen ankommen wird Ähm, aber nichtsdestotrotz Kein, kein absoluter Superstar im Team Eine eingeschworene Mannschaft Ein super Haufen Dementsprechend Sowas kann Berge versetzen Das haben wir gesehen Ähm, das haben wir gesehen Das war ähnlich wie bei Italien Äh, gegen Belgien Ich meine, das ist jetzt schon Ein ganz, 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 ganz Anderer Vergleich Belgien und Island Das kann man nicht so wirklich vergleichen Aber auch da war so Diese geschlossene Mannschaftsleistung Einfach da Jeder für jeden gefightet Alle, alle, alles gegeben Sozusagen Dementsprechend Äh, wie gesagt Ich würde es unfassbar Den Isländern gönnen In die nächste Runde einzuziehen Äh, trotz der guten Quali Hab ich Island Vor diesem Spieltag Äh, nicht vor diesem Spieltag Sondern vor der, ähm Äh, Gruppen Vor, vor der EM sozusagen Äh, auf Rang 3 gesehen Vor Ungarn Ähm, das, so hab ich Das Ganze eingeschätzt Mittlerweile, ähm Ähm, ja Sehe ich die Kollegen Auf 4 Ähm, wieso Weshalb, warum Einfach, weil ich glaube Dass es verdammt schwierig wird Man spielt jetzt gegen Ungarn Ich hab mal den Tabellenrechner Mit aufgemacht Den Turnierrechner vom Kicker Ähm, und hab mal jetzt einfach Spaß Ich hab an den Unentschieden getippt Ähm, bei Ungarn Gegen Island Jetzt einfach mal so Ganz, ganz schnell Vor der Aufnahme noch Dementsprechend wird's Verdammt eng Wie gesagt Ich würd's den Islandern Unfassbar gönnen Ich glaube aber Irgendwo nicht so wirklich dran Ich denk Island holt noch Ein Unentschieden gegen Ähm, Ungarn Wobei man da wirklich Glaube ich So ein bisschen die bessere Mannschaft ist Wird allerdings auch Schwierig einzuschätzen sein Ähm, inwieweit Welche Mannschaft Da so ein bisschen Das Zepter übernimmt In diesem Spiel Island, Ungarn Dann am 18.6. Am Samstag Ähm, ja Und inwieweit Inwieweit da wirklich Einer das Spiel an sich reißt Oder was das auch an sich Für ein Spiel wird Ähm, ich hab's auch Gestern gesagt Ungarn war für mich Oder allgemein Bei Österreich Ungarn Hatte ich Nicht so das Gefühl Ich dachte eher Island sorgt für eine Überraschung als Ungarn Ähm, auch wenn Wahrscheinlich Island Auf eine eher stärkere Mannschaft vielleicht trifft Mit Portugal Die Österreich aber auch Irgendwo so ein bisschen So der Geheimfavorit gewesen Jetzt der Geheimfavorit Den Witz hat man auch Überall gelesen Ähm, ja Dementsprechend war das schon War das schon eine Glanzleistung Richtig stark von Island Und auch von Ungarn Ähm, aber wie gesagt Ich glaube Island wird am Ende In dieser Gruppe Auf Platz 4 landen Sonst hätte ich sie auf 3 gesehen Wenn ich die 2 Spiele Noch nicht getippt Äh, ergebnistechnisch Gesehen hätte So Ähm, spricht das Soweit zu Island Aber wie gesagt Hut ab vor den Fans Hut ab vor der Stimmung Die erzeugt wurde Absoluter Wahnsinn War mega, mega nice War ein cooles Spiel Gestern Kann man absolut Nix gegen sagen Wir machen weiter mit Ungarn Und dann kommt natürlich Österreich noch zum Schluss Die Ungarn Ähm, mit Adam Schorloy Und Sultan Stieber Mit den 2 Toren Gegen Österreich Der Klubberer Der Hannoveraner Ich hab Max Gaming Auch schon geschrieben Hätten die das Meine ich öfters Im Verein machen können Natürlich nicht Sie müssen bei der EM treffen Der Klub damit Mit mehr Torschützen stand Jetzt bei dieser Europameisterschaft Als der FC Bayern München Der absolute Wahnsinn Der Der Klub Torsicherer Treffsicherer Als die Bayern Und das obwohl man Weniger EM-Fahrer hat Das ist natürlich Nur ein kleiner Spaß Aber fand ich Eine ganz ganz coole Sache Nebenbei Ähm, dementsprechend Ja, die Ungarn Mit einer Überraschung Mit dem 2 zu 0 Gegen Österreich Hätte ich echt nicht mit gerechnet Ich hab mir gedacht Es könnte schwer werden Für Österreich Dieser Druck Der aufgebaut wurde Seitens der eigenen Nation Oder der eigenen Medien Was auch immer Und auch so allgemein Wurde ja Österreich Schon so ein bisschen Als Vielleicht nicht Geheimfavorit Auf den Titel Aber schon Als so eine Überraschung Eingestuft Die sich da im Laufe Des Turniers Ähm, entwickeln kann Die ganz ganz weit Kommen kann Dementsprechend War ich eigentlich Auch von überzeugt Dass Österreich das packt Hab auch auf ein 2 zu 0 getippt Dementsprechend aber Ne, so schnell kann es gehen Geht es genau andersrum aus 2 zu 0 Für Ungarn Ähm, die wirklich Zu den absolut perfekten Seitpunkten das Tor Gemacht haben Ähm, richtig richtig stark Hätte ich echt nicht so eingeschätzt Ich kann mal eben Äh, kann mal eben schnell gucken Mit einem Marktwert Von 25 Millionen Ich glaub keiner dieser Spieler Kein einziger Aus dem 23er Kader Hat dieses Jahr In der Champions League Beziehungsweise In der Europa League gespielt Sprich international Keiner dabei Äh, der irgendwie Eine Erfahrung aus diesem Jahr Mitbringt Zum Teil Das hat man in der ARD Oder im ZF ZF lief es gestern Ähm, in der Vorschau gesehen Äh, zum Teil spielen die Leute Da wirklich vor 2000 Zuschauern Nicht, da mal die Vereine durch Geht gut Ferin Chavaros Ich weiß zwar nicht Wie man die ausspricht Aber das ist ja so der Der Budapester Top-Verein Der aus der ersten Ungarischen Nigga Die Besten sozusagen Thomas Doll ist der Trainer Krass Florian Trinks Letzter Transfer Sag mal, Wahnsinn Ähm, aber zur Vereine Al-Garrafa Sports Club Ähm, erste Liga Malta Dürft das glaube ich sein Äh, Liga Warschau Okay, auch nochmal ein bisschen Was besseres Da haben wir nochmal den aus Aus, ähm Also aus den ganzen Ungarischen Ligen Ähm, hier MTK Budapest Ähm, sprich Alles, alles Vereine Ähm, die wie gesagt International erstens Gar nicht stattgefunden haben Und auch national natürlich In keiner Liga spielen Die jetzt eine zu den Äh, zu einer der Europäischen Top-Ligen zählt Äh, gar keine Frage Dementsprechend Ungarn meiner Meinung nach Am Ende dieser Gruppe Und jetzt könnt ihr euch festhalten Auf Platz 3 Äh, 2 2-2-2 2-2-2 Ähm, zumindest nach den zwei Spielen Die wir gestern gesehen haben Vorher hätte ich auf 4 getippt Ich gehe jetzt mal schnell die Gruppe durch Denn damit ist es ja eigentlich schon fix Also, ich tippe jetzt Ich würde am Ende nur den vierten Platz Belegen Äh, belegen Ich denke Österreich wird doch nochmal Ein bisschen, äh, aufkommen Und das wird die jetzt nicht Komplett runterziehen Die Niederlage Es wird halt ein mega spannendes Spiel Gegen, ähm, Portugal Da braucht man halt wie gesagt Mindestens ein Unentschieden Und dann hat man am letzten Spieltag Gegen, ähm, Island Alles selbst in der Hand Und ist bei einem Sieg weiter Mit 4 Punkten Egal ob man dann 2. oder 3. ist Das reicht dann auf jeden Fall Denke ich mal Für, ähm, das Weiterkommen Als einer der besten, äh, Gruppen Dritten Ähm, sprich das soweit zu Ungarn Ähm, natürlich Das darf man auch nicht vergessen Wie Gabor Kirai Einer der Legenden 40 Jahre alt Also ältester EM-Spieler Allerzeit, ne, ähm Hat da Matthäus abgelöst Wahnsinnsding Kirai im Kasten mit seiner Jogginghose Absolute Legende Hat da den Kasten sauber gehalten Gegen Österreich Mal schauen, ob es weiterhin so bleibt Bin ich gespannt Das war zu Österreich Wir sind bei knapp 20 Minuten Wie angesprochen heute Ein etwas kürzeres, kürzeres Video Ähm, beziehungsweise Ein etwas kürzerer Podcast Ähm, aus Gründen Die ich genannt habe Ähm, und damit starten wir jetzt natürlich Noch rein in die, ähm Letzte Mannschaft sozusagen Allgemein Dieser kleinen Predictioner Und natürlich Dieser Gruppe F Nämlich Österreich Markt wird von 133 Millionen Einige Spieler aus den deutschen Ligen Ramazan Ötchan Heinz Lindner aus Frankfurt Alaba von den Bayern Suttner aus Ingolstadt Klein aus Stuttgart Gadec aus Darmstadt Baumgartlinger von Mainz Ähm, also das sind sowas von viele dabei Schöpf von Schalke Ex-Klubber Junusowitsch aus Bremen Okoti aus München Also von den 60ern Harnik aus Stuttgart Hinterseer aus Ingolstadt Also gefühlt jeder In der deutschen Liga mit unter Vertrag Bis auf ein paar Ausnahmen Ähm, ja Eine sehr, sehr interessante Mannschaft Das Spiel gestern Um das auch nochmal aufzugreifen Weil ich da gerade Dragovic sehe Ich glaube Neben Alaba Ähm, der mit dem höchsten Markt Magwert, so schaut's aus Alaba bei 45 Millionen Dragovic bei 15 Ähm, ich weiß nicht so recht Also die Aktion gestern Ähm, wer war das? War das Hinteregger? Ich glaube Hinteregger war es Der das Tor gemacht hat Ähm, das vermeintliche Tor Zum Ausgleich Zum 1 zu 1 Oder was war das? Ich glaube das war das Zwischenzeitliche 1 zu 1 Ähm, das dann abgepfiffen wurde Und stattdessen hat er Dragovic gelb-rot bekommen Ich muss ganz ehrlich dazu sagen Aus der allerersten Perspektive Hab ich mir gedacht Ähm, was? Warum? Wo? Was? Wann? Hab das gar nicht so sehr mitbekommen Nach, nach der, ähm, Wiederholung Dann hätte ich auch, glaube ich Eher für so eine Aktion Nicht gelb-rot gegeben Ich hab das Spiel leider Nur so ein bisschen am Rande verfolgt Dementsprechend weiß ich nicht Inwieweit Dragovic Vorher schon vielleicht Das ein oder andere vorgemacht hat Und der Schiri gesagt hat Mensch, noch einmal dann ist Schluss Ähm, es war sicherlich Das darf man auch nicht absprechen Absolut dummes Einsteigen Da vorne, da muss er so nicht rein In der Situation Vor allem, wenn man schon Gelb-vorbelastet ist Aber Ich hab das gar nicht so sehr Als die gelb-rote Karte Schlecht hingesehen Dass das wirklich Pflicht gewesen wäre Schreibt mir das gerne mal In die Kommentare Was ihr davon haltet Äh, aber bitte völlig neutral betrachtet Nicht irgendwie als Österreich-Fan Oder so Ähm, sondern ganz normal Was, was habt ihr von gehalten? Ich, ich fand's irgendwie komisch Wie gesagt Sollte er davor schon Ein paar Mal reingekloppt haben Dann ist natürlich gelb-rot Völlig in Ordnung Dann ist das absolut klar Aber die eine Aktion Da vorne im gegnerischen 16er Klar irgendwo Schon mit gestreckten Beinen rein Auf der anderen Seite Das Bein doch weggezogen Ah, ich weiß nicht Ich weiß nicht Kann man geben Meiner Meinung nach Äh, muss man nicht Ähm, wie gesagt Sollte er da bislang Nur die gelbe Haar gehabt haben Und sonst kein weiteres Foul Oder sonst nicht irgendwie Negativ aufgefallen sein Hätte man das meiner Meinung nach Auch nochmal durchlaufen lassen Können mit einer Mit einer ganz, ganz starken Ermahnung Aber gut Das noch am Rande Ähm, ähm Ähm, da Darüber brauchen wir jetzt nicht mehr entscheiden Das ist soweit Entschieden worden Äh, 4-2-3-1-System Der Österreicher Ähm, vorne mit Janko hier am Start Hat aber auch lange die Frage Ist er fit? Kann er spielen gegen Ungarn oder nicht? Arnautovic, Harnik Junusovic Ähm, dann dahinter Baumgartlinger Alaba Auf der Doppel 6 Alaba ja gleich mal nach 32 Sekunden mit dem Knaller An den Pfosten Wahnsinns Ding Wenn der reingeht Verläuft das Spiel wirklich anders Und Alaba hat es am Ende der Partie Auch meiner Meinung nach Ganz gut zusammengefasst Ähm, Österreich Hatte ganz gute Chancen Ähm, viele Chancen Muss man vielleicht ein bisschen ausklammern noch Aber hatte die Chancen Hat sie nicht genutzt Ungarn hatte die Chancen Sie haben sie genutzt Das war so der Unterschied Ungarn einfach Vor allem in der einen Situation Beim 1 zu 0 Durch Schorleu Enorm stark rausgespielt Das war nicht einfach Kick and Rush Sondern das war wirklich Ein schöner Spielzug Äh, macht er die Kiste Und dann natürlich kurz Zum Schluss auch nochmal Das 2 zu 0 Was ebenfalls stark war Ähm, dementsprechend Ja, muss sich Österreich Erstmal mit dieser Niederlage abfinden Ähm, Stieber übrigens Der den natürlich auch Gnadenlos genial reingemacht hat Das hat er halt in Nürnberg gelernt Nicht Ähm, nee Muss sich erstmal damit abfinden Ich denke wie gesagt Trotzdem man kommt am Ende Auf Rang 3 In dieser Tabelle Äh, oder in dieser Gruppe Und kommt dann noch weiter In die nächste Runde Aber Es wird natürlich eng Es wird natürlich jetzt schon Eine ganz ganz spannende Eine Finale mehr oder weniger Gegen Portugal Das man bestehen muss Eine Niederlage ist da nicht drin Also da muss ein Unentschiedenär Da muss gepunktet werden Und dann hätte man gegen Island Am letzten Spieltag Alles selbst in der Hand Dementsprechend Ähm, spannende Gruppe Bin ich sehr gespannt Meine Prediction jetzt nach den Spielen Portugal 1 Ungarn 2 Österreich 3 Island 4 Ähm, bin ich mal sehr gespannt Ob das am Ende so eintreten wird Ich wünsche euch an der Stelle Ganz ganz viel Spaß Bei den kommenden EM Spielen Wir werden uns soweit Jetzt erstmal nicht mehr hören Das ist das Letzte Was ich von mir gebe Bevor wir dann Ähm, bevor es bei mir losgeht Die ganzen anderen Videos Sind vorproduziert Ähm, da hab ich hier den Zettel Ähm, heute kam Oder kommt der Podcast Heute kommt noch Ähm, das Messi-Pack-Opening Und um 9 kam schon Die, äh, dritte Folge Der Football-Stars raus Donnerstag dann Karriere Freitagkarriere Äh, unter anderem geht's In Richtung Champions League Gegen Napoli Könnt ihr euch freuen Und dann bin ich am Samstag Ähm, wieder zurück Wieder im Lande Wieder bei mir zu Hause Und dann geht's da weiter In dem Sinn Wenn's euch gefallen hat Lasst ein Däumchen nach oben da Wenn ihr mitdiskutieren wollt Sehr, sehr gerne Schreibt eure Meinung dazu Unten in die Kommentare Werde ich mir dann anschauen Sobald ich wieder zurück bin Und damit wie gesagt Eine wunderschöne EM Viel Spaß heute bei den Partien Russland, Slowakei Rumänien, Schweiz Frankreich, Albanien Morgen dann England Gegen Wales 15 Uhr Ich hoffe, da sind wir dann Schon in Paris Aber ich glaube schon Das möchte ich mir Unbedingt anschauen Wir werden morgen dann So gegen 8 Uhr losfahren Und dann glaube ich Sind wir so in Wobei, das ist jetzt Nochmal anders Weil wir hätten uns Eigentlich erst in Trier getroffen Komm, das machen wir Jetzt mal zusammen, Jungs Ähm, ich weiß gar nicht Wie weit das jetzt ist Ähm, von Köln Beziehungsweise Dem Ort aus dem Jonas Dann kommt Nach, ähm Mal jetzt einfach mal Nach Paris hier Ja, es sind auch 4 Stunden Sind, nee Was? Auto? Bisschen mehr sogar Oh, nö Da ist irgendwie Stau Oder so Ähm Schauen wir mal Ja, ist ein bisschen länger Äh, knapp 5 Stunden Okay, dann sind wir so Gegen 1 da Ja, das müssen wir uns Auf jeden Fall können Irgendwo in einem Café Oder was weiß ich In einer französischen Kneipe Hucken und dann das Ding Anschauen Freue ich mich Bin ich gespannt Dementsprechend Daumen drücken Euch viel Spaß Und ich bin dann Erstmal raus Soweit Wir werden das übrigens Am Donnerstag packen Gegen Polen Es wird ein sehr, sehr knappes Spiel Aber wir packen das Wir holen uns den nächsten Dreier Stehen damit im Äh, in der nächsten Runde Im Achtelfinale Der, ähm Der Champions League Wolle ich sagen Der, ähm Europameisterschaft Und in diesem Sinne Wünsche ich euch Einen wunderschönen Tag Jungs Macht's gut Habt Spaß Wir sehen uns Bis dahin Euer Badeschlappen Servus